Henshinagogo Baby und Willkommen zurück zu Let's Play Beautiful Joe Als wir das letzte Mal unseren Helden zurücklassen haben, hat er gerade Grom Bruce den großen Schrecken der Meere besiegt Und wir sind jetzt in einem U-Boot und ich baue gerade Müll Ich hatte gerade aus Versehen dieses Rätsel gelöst Und es ist natürlich danach wieder sofort versemmelt Aber... Ein Held gibt niemals auf Und deswegen klappt das jetzt auch wieder Ab nach draußen, nur ein nach oben Ist jetzt wieder so ein Rätselraum im Prinzip Aber es gibt kein großes Rätsel Außer wir brauchen dieses Cooler da hinten, das ist der Typ damit sich rumschneppt Das ist jetzt ein neuer Gegnertyp, den müssen wir überlisten Denn er ist zwar groß und stark, aber wie es sich gehört ist er so groß und stark und doof wie Brunnenstroh Typisches Filmklischee halt Und dementsprechend auch sehr einfach zu besinnen, indem wir ihn einfach nur vorgaukeln dort zu sein wo wir nichts sind Und... Naja... Das übliche halt Anyway, äh... Wir haben jetzt das ganze U-Boot gedreht Wie Schwerkraft es so will Und deswegen... Können wir jetzt neue Gebiete... Erkunden Und das war... Das war schon die erste Hälfte des Levels Das geht schnell, ne? Ich hab eigentlich vorhin gesagt, dass ich den Level nicht ausstehen kann Stimmt eigentlich gar nicht Den mag ich noch Ich mag den letzten Level nicht Den definitiv letzten Level Die schon wieder So, da oben müsste jetzt mal ne Plattform sein Jawoll Die bräuchte ich dann mal Die bräuchte ich zweimal So, jetzt warten wir noch darauf, dass der Schocker hier ne Öffnung zum Angriff gibt Und dann, äh... Ja, müssen wir hier lang, ne? Und dann können wir nämlich... Ah! Verdammt! Dann können wir hier nämlich weiter gehen, weil, ähm... Normalerweise würden wir da unten am Boden direkt von der Rakete gerüstet werden Aber jetzt können wir halt sozusagen Decke entlang latschen Und uns die Lücke da zunutze machen Was man dann hier schön in Aktion sieht Ah! Der Schaufel-Bagger-Schlag! Okay, ist ein Uppercut, aber hey! Es funktioniert! Der Name ist egal! Naja, hier erwartet uns wieder ein kleines Rätsel Wir müssen diese goldenen Dinger treffen Sonst tun uns die Zahnräder mächtig weh Autsch! Irgendwas hat uns jetzt alles da gerade abgeworfen Das hat eigentlich viel weniger mit Timing zu tun Als mit der Tatsache, dass man daneben stehen kann und einmal draufkloppt So, und den Kollegen, den verfrügeln wir hier gerade mal So, da oben müssen wir ganz am Ende hin, aber erstmal müssen wir hier runter Hier ist ein Luftzug, das ist später wichtig, damit wir hier wieder rauskommen So, wir haben da jetzt ne Menge Schalter Wir haben da auch ne Menge Gegner Gegner sind im Prinzip nur Beilage, also Hier könnte ich jetzt noch ein bisschen Punkte holen Was ich zugebenermaßen auch mache So, die Punkte schaden ja nie Was eigentlich wichtig ist, ist dieses kleine Ding hier hinten Und jetzt müssen wir uns versuchen, diese drei Punkte zu merken Und zu aktivieren Eins Zwei Und jetzt noch den dritten Die Punkte wechseln übrigens ständig Also es sind nicht immer dieselben Meine ich Vielleicht sind es auch immer dieselben, aber sie verändern sich nur, wenn man uns vergeigt Ist auch ne Möglichkeit Anyway Du gehst mir auf den Keks und gehst jetzt weg Danke sehr So, anyway, wir können jetzt Ähm Ja Ein bisschen durchgesprungen Wir können jetzt wieder zurückgehen Wir haben durch den Raketenlauf gestoppt und können jetzt sozusagen in der Normalposition hier hin Also wir müssen das Schiff wieder umdrehen Ja, das U-Boot Und dann können wir dort in den Maschinenraum ist das Glaube ich Eiii Ich geh kaputt Danke sehr Und dann mal los Und dann mal los Was war das denn überhaupt für ein Dorfleder gestechnes Atmungsgerät? Ja war das Die greifsten gerne an Und weg Die sind gar nicht so schwierig, wenn man erstmal so ihre Muster drauf hat Das gilt aber für alle Gegner Ah Da muss man im Prinzip, bei denen muss man im Prinzip ne ganz lange Kombo, äh, von Ausweich Mooks hinkriegen Damit sie, äh, ja Benommen sind In diesem Fall machen wir sie jetzt einfach mal so platt Death by Posing Und du noch So, und dann gehen wir wieder zurück Und dann gehen wir wieder zurück Denn hier ist ja schließlich die Steuerungseinheit die wir suchen BANG Wieder umgedreht So, jetzt gucken wir hier nochmal nach Hier ist tatsächlich noch was zum Aufladen Und in die andere Richtung Dann gehen wir wieder zurück zur Action So Jetzt muss die Plattform nur noch richtig hier hin und uns geht wieder die Zeit davon, das ist nervig Autsch Autsch Und wir können jetzt hier lang, wie gesagt, die Raketen sind still Handzahm, kann man anfassen Wir können jetzt in allem Seelenfrieden weiterlautschen Fast Gibt immer noch ein paar Gegner, die Noch eine Tracht Prügel haben wollen Und, uuuhh Mir rennt die Zeit davon, mir rennt die Zeit davon Na komm, dich kriegen noch platt Jawoll So Bathroom Also, äh, wir sehen uns dann im nächsten Teil, Leute Na, macht's gut, bis denne, tschau Die, die Platz ist in der Mitte, bis jetzt noch zum Expert David Drei Person End Drei Drei Drei